Bruderliebe von Eve Ravy In der Nacht seiner Rückkehr fuhr ich auf die andere Seite der Schweizer Grenze, um meinen Bruder vom Bahnhof abzuholen. Als er mich sah, setzte Jerry seinen Koffer ab, um mich zu umarmen, heftig an sich zu drücken und mir zu sagen, dass er bereits eine gute halbe Stunde gewartet habe. Da wurde mir klar, dass sich seit seiner Abreise vor 20 Jahren nichts geändert hatte. Und sofort, trotz allem, was uns verbannt, unsere Kindheit, mein Vater und meine Mutter, kehrte die Anspannung zwischen uns zurück. Egal, auf dem Bahnsteig lagen wir uns lange in den Armen. Als er seinen Griff lockerte, fragte er mich, ob ich immer noch bereit sei, die Tochter meines Chefs zu entführen, die meine Avancen ignorierte. Und ich nickte. Vom Bahnhof aus fuhren wir in Richtung Berge. Am Fuß der Pisten öffnete mir ein ehemaliger Skilehrerkollege die Tür zum Maschinenraum der Zahnradbahn, und Jerry konnte seine Sachen in einem Rucksack verstauen. Dann staffierte ich meinen Bruder aus. Der Skilehrer brachte den Koffer in einen Lagerraum und gab mir einen Zündschlüssel. Ich lud unsere Wanderausrüstung auf den Schlitten und wir fuhren los. Auf dem Schneescooter der Gesellschaft für mechanische Aufstiegshilfen der französischen Schweiz. Bis zum Restaurant der Bergstation. Den letzten Abschnitt legten wir auf Skiern zurück. Oben angekommen wollte Jerry, dass wir uns ein Weilchen hinter der Endstation des Sessellifts unterstellten und ausruhten. Es begann zu schneien. Ich wartete auf sein Zeichen, um die Abfahrt auf die andere Seite in Angriff zu nehmen. Jerry wollte jedoch der Erste sein, und ich ließ ihn vorbei, wobei ich ihm riet, die Skier nicht zu eng zu führen. Nach all den Jahren war er vielleicht etwas aus der Übung. Wir fuhren am Waldsaum entlang und dann über ein abschüssiges Schneefeld, um die nördliche, die französische Seite zu erreichen. Das Schneetreiben wurde dichter. Wir mussten uns daher zum Bergrücken hin orientieren. Jerry zog sich die Mütze über die Ohren. Anfangs sah ich seinen Rucksack, dann nichts mehr. Ich folgte seinen Spuren, aber man sah keine zwei Meter weit. Am Fuße des Hangs hörte ich Jerry husten und seine Stöcke gegen die Steine klicken. Er befand sich also bereit zum Schutz der Tannen. Wir waren weit weg von der Piste. Ich fragte ihn, ob er den Weg kannte und weshalb er nicht nach rechts gefahren sei, statt uns über die Almhüttenseite zu führen. Das sind doch die Hütten da unten, oder nicht, Jerry? Vielleicht sind wir nicht hoch genug aufgestiegen. Er antwortete, dass er den Grenzwächtern misstraue. Er hatte seine Fäustlinge ausgezogen. Bevor er sie wieder anzog, wühlte er in der Seitentasche seines Parkers. Laut Wettervorhersage wird es aufhören zu schneien, meinte er zu mir und wies auf das beleuchtete Display seines Mobiltelefons. Ich blickte auf die Anzeige. Ich sagte, wir hätten schräg über das Schneefeld fahren können. Jerry zog ein Päckchen Zigaretten aus seiner Tasche. Ich wandte mich zu ihm, du wirst doch wohl hier nicht rauchen. Und wieso nicht? Weil niemand zu wissen braucht, dass wir hier sind, wirklich niemand. Er zündete die Zigarette trotzdem an. Er sagte, ich habe mehrere Winter in den Bergen Afghanistans verbracht. Ein Feuer sieht man, da gebe ich dir recht, Max, aber nicht die Flamme eines Feuerzeugs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017